Moin Leute, jetzt ist wieder Sonntag, es ist wieder Gewinnspielzeit, ihr schaut VR-Weiz und ich bin's, der Sascha. Ja, vielen Dank erstmal, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Heute könnt ihr mal wieder einen Steam Key gewinnen. Heute geht es um Britannic. Ja, das Ding habe ich ja auch gezeigt. Könnt ihr euch hier anschauen. Das ist mehr so ein Walking Simulator, wo ihr euch auf dem Schiff umschauen könnt. Und das sieht auch phänomenal aus. Ich habe ja voll geschwärmt von dem Ding. Und der Entwickler hat sich sehr über mein Video gefreut. Ein kleiner Fun Fact, ja gar nicht Fun Fact, aber ein kleiner Fact am Rande. Der Entwickler hat mir geschrieben, hey, du hast ja wirklich ein Video gezeigt, weil er hat jetzt angefangen Steam Keys wieder einlösbar zu machen. Oder wie sich der schimpft, keine Ahnung. Weil 75% seiner Anfragen, da bekommt er gar keine Videos zu sehen. Also die Leute holen sich den Key bei ihm ab und er hört nie wieder was von denen. Und das finde ich nicht in Ordnung. Also wenn man schon einen Key bekommt, sollte man auch das Video dazu machen oder einen Test auf einer Homepage oder so. Also das habe ich nicht gewusst. Also dass da wirklich so Leute unterwegs sind, die einfach nur Keys abgreifen, das ist echt nicht schön. Ja, auf jeden Fall könnt ihr das Ding jetzt bei mir gewinnen. Ich habe nämlich einen zweiten Key deswegen bekommen, weil der Entwickler sich so gefreut hat. Und weil ich ja so geflasht bin von dem Ding, habe ich gedacht, hauen wir das heute sofort raus. Was möchte ich dafür haben? Ja, ihr wisst es mittlerweile. Ich möchte natürlich ein Däumchen haben für diesen Beitrag. Dann natürlich, dass ihr diesen Beitrag teilt, wo immer ihr gerne möchtet. Facebook, Discord, WhatsApp. Ruft einen Freund an. Ihr kennt das ja alles mittlerweile. Ja, und dann natürlich ein Kommentar. Als Kommentar habe ich mir heute mal kurz knapp überlegt, nennt einfach mal so ein Schiff oder Boot, was euch so direkt in den Sinn kommt, wenn man euch danach fragt. Also bei mir ist das natürlich die U96 von Das Boot. Ich liebe diesen Film. Die Serie war okay. Die erste Staffel fand ich cool. Die zweite ging so. Ja, auf jeden Fall ist das so mein Favorite Boot. Ja, das Gewinnspiel läuft bis nächste Woche Sonntag. Ihr kennt das wieder bis 9 Uhr. Und das ist dann der fünfte, siebte. Wir gehen schon in den Juli rein. Ja, die zweite Jahreshälfte hat angebrochen. Und dann lose ich natürlich wieder aus. Wie gesagt, der Key ist für Steam. Ja, bitte denkt dran. Also es ist keine Oculus Quest Nativ App oder so. Es ist für Steam. Ihr braucht auf jeden Fall einen PC dazu. Ja, Quest Keys sind zur Zeit leider ein bisschen mau. Auch die Spiele sind natürlich ein bisschen mau. Kommt ja nicht ganz so viel. Ich hoffe, demnächst habe ich auch mal wieder ein Quest Key zum Verlosen. Gut, dann drüge ich euch alle Daumen wieder, die ich habe. Alle, die teilnehmen. Nehmt rege teil. Das Ding lohnt wirklich. Also ich finde es echt super, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann wünsche ich euch viel Glück. So, jetzt schwenke ich natürlich hier rüber nach Eastern Age. Das läuft jetzt auch schon seit einer Woche. Ich nehme das Ganze wieder auf. Auf, auch das kennt ihr mittlerweile von mir, ne? Zack. Sorry, Leute. So, da bin ich. Ich habe 478 Aufrufe bekommen. Das ist mega. Ich weiß nicht, Anna muss richtig gut geteilt haben, das Ding. Und 19 Likes. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hatte ja gesagt, lasst einfach ein paar Grüße da. Das ist auch passiert. Ich habe 25 Kommentare. Auf die habe ich ja auch geantwortet. Und ich gehe da jetzt auch gar nicht großartig drauf ein. Nochmal vielen, vielen Dank. Ich wechsle in den Comment Picker. Da ist er schon. Und wir haben 12 Kommentare, die zählen. Ja, also die Chance ist 1 zu 12. Die ist gar nicht so gering. Und bevor ich jetzt weiter quackele. Sorry, Leute. Es ist Sonntagmorgen. Drücke euch alle Daumen und ab dafür. Er mischelt, maschelt, wie gehabt. DarkSoul LP. Ich nehme gerne an dem Gewinnspiel teil. Würde mich freuen. Ja, du hast teilgenommen. Du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, du hast noch kein Key bei mir gewonnen. Weil das sagt mir jetzt so nichts. Gewinnspieltechnisch der Name. Ich werde jetzt den Kommentar nochmal kommentieren. Ich werde dir Glückwünsche dalassen. Und dich daran bitten, dass du dich bitte mit mir via Messenger, Discord oder E-Mail. Die schreibe ich wieder aus. Das Ad-Zeichen auch. Eckige Klammer und so weiter. Kennt ihr mittlerweile alles von mir. Ich sage es jedem Sonntag. Und dann meldest du dich kurz bei mir. Und dann bekommst du den Key. Allen anderen vielen Dank für die Teilnahme. Jetzt viel Glück bei dem neuen Gewinnspiel. Gut, das war's. Ja, das Ding läuft wieder, wie gesagt, nächste Woche Sonntag. Drücke euch wieder alle Daumen. Sage ich schon zum dritten Mal jetzt, glaube ich. Und dann nimmt wieder Regel teil. So, als kleinen Effekt noch am Rande. Ich arbeite derzeit an einem neuen Format, was halbjährlich erscheinen würde. Ich hoffe, dass ich nächste Woche die erste Folge rausschmeißen kann. Ich werde Halbjahres-Charts für die Oculus Quest einführen. Und da werde ich dann alle Charts, die ich in den News & Talk Folgen gezeigt habe, zusammenfassen. Und mal schauen, wer in den ersten sechs Monaten diesen Jahres wo gelandet ist. Aber das erkläre ich euch dann im Video. Ich hoffe, das kommt an. Ist so ein kleiner Teaser jetzt hier im Gewinnspiel, damit ihr wisst, was noch so auf euch zukommt. Gut, dann wünsche ich Dark Soul viel Spaß mit Eastern Age. Ist echt ein tolles Ding, geile Atmosphäre. Und alle anderen jetzt fleißig teilnehmen, damit ihr nächste Woche aufs Schiff dürft. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Gewinnspiel. Euer Sascha. Macht's gut, Leute. Ciao. Und schönen Sonntag natürlich noch. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.